Hallo meine lieben TechEdFan und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute werde ich für euch mit einem Speed Tutorial zeigen, wie ihr das am besten und am leichtesten bauen könnt. Als erstes gab es zwei Löcher nach unten. Als erstes den Mi Driver, dann noch den Mi Controller und dann noch den Mi Crossing Terminal. Eine Dreierverbindung ist egal welche Verbindung. Irgendeine Verbindung, die Energiequelle und dann nicht vergessen irgendein Story. Irgendein Storage. Danach habt ihr es angeschmissen und könnt die ganzen Sachen reinlegen. Ich hoffe dieses Speed Tutorial hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass doch noch eine kleine Bewertung da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich krieg jetzt kein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.